Was versteht man unter der Prozessorganisation und warum tun sich Unternehmen damit so schwer? In diesem Video zeige ich ein paar wichtige Hintergründe zum Thema Prozessorganisation und welche Fallstricke Sie unbedingt vermeiden sollten, wenn Sie Richtung Prozessorganisation Ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Die Prozessorganisation ist die Ausrichtung des Unternehmens an den Wünschen der Kunden und damit die bestmögliche Organisation der logisch aufeinanderfolgenden betrieblichen Schritte, also der Prozesse, zur Erfüllung dieser Kundenwünsche. Die Kundenwünsche werden durch klare Metriken wie Durchlaufzeit, Fehlerfreiheit, Liefertreue oder Preis bestimmt. Bäm! So einfach ist die graue Theorie. Bringen Sie Ihre Prozesse in den Griff und Sie haben ein prozessorientiertes Unternehmen. Aber warum fällt das vielen Unternehmen jetzt so verdammt schwer? Wo liegen eigentlich die Probleme, dass wir eben nicht zur Prozessorganisation kommen? In den meisten Unternehmen, in denen ich als Berater tätig war, lag das Problem darin, dass die Aufbauorganisation, also das, was man landläufig als Organigramm darstellt und die Ablauforganisation, also die Prozesse des Unternehmens, so überhaupt nicht zusammenpassten. Und das hat Gründe in der Unternehmensentwicklung, die man kennen sollte, wenn man Prozessorganisation und Aufbauorganisation miteinander in Einklang bringen möchte. Zum einen befinden sich Unternehmen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Bei der Gründung sind es oft wenige Pioniere, die gemeinsam eine Idee umsetzen. Oder eine Familie arbeitet zusammen und man ist sich neben der Familie schon seit vielen Jahren engstens verbunden. Es gibt also in der Pionierphase eine hohe Motivation zu außergewöhnlichen Leistungen außerhalb einer sachgerechten Erfüllung eines Arbeitsvertrags. Und das macht auch sehr oft den Erfolg der kleinen und jungen Unternehmens aus. Und durch den Erfolg werden meine Mitarbeiter eingestellt, Aufgaben werden deutlich mehr und damit ist auf einmal der Sachverhalt da, dass eine Aufgabe so viel geworden ist, dass sie eine Person voll auslastet. Denken Sie zum Beispiel an die Buchhaltung. Das ist immer so ein ganz typisches Beispiel. Was in der Gründungsphase eines Unternehmens vielleicht nebenbei erledigt worden ist, vom Chef oder von der Ehefrau vom Chef oder auf jeden Fall nebenbei, weil es eben kaum was zu buchen gab, macht in der Wachstums- und Differenzierungsphase ein ausgebildeter Buchhalter. Es kommt also zur Spezialisierung der einzelnen Aufgaben, weil schlicht deren Anzahl steigt. Das Unternehmen befindet sich damit in der sogenannten Differenzierungsphase. Wenn es jetzt mehrere Personen gibt, die ähnliche Tätigkeiten verrichten, braucht es eine koordinierende Funktion. Und da ist auch schon dann der Vorgesetzte, in meinem Beispiel eben der Leiter der Buchhaltung. Das können Sie auch ganz wunderbar in jedem Handwerksbetrieb beobachten. War es anfangs der Meister mit ein oder zwei Gesellen und vielleicht einem Auszubildenden, hat handwerklich jeder alles gemacht. Man hat als kleine Gruppe immer zusammengearbeitet. Der Chef hatte noch ein paar Sonderaufgaben, wie Angebote erstellen und Rechnungen schreiben. Die Buchhaltung war an den Steuerberater ausgelagert. Aber draußen auf der Baustelle, in dem möglichen Gewerk, haben alle zusammengearbeitet, haben die wirkliche Leistung selbst erbracht. Man bekam dann mehr Aufträge in diesem Unternehmen. Man stellte mehr Mitarbeiter ein. Und auf einmal gab es Monteure, die draußen auf der Baustelle aktiv sind und die im Büro, die die Angebote erstellen, Termine disponieren, Waren einkaufen und Rechnungen erstellen. Die Monteure draußen und die im Büro ist ja nichts anderes als die erste Form der Spezialisierung der Arbeit. Da gibt es noch lange kein Organigramm in solchen kleinen Firmen, aber es bilden sich unterschiedliche Tätigkeitsfelder heraus, für die man unterschiedliche Berufsausbildungen braucht. Da werden es dann noch mehr Mitarbeiter. Gibt es dann einen Vorarbeiter, zum Beispiel bei den Monteuren oder Montagekolonnen. Und es gibt einen Büroleiter vielleicht, weil es eben auch mehrere Mitarbeiter im Büro gibt. Es bilden sich also die ersten Führungskräfte heraus. Und oft nur als fachliche Führungskräfte. Und je größer das Unternehmen wird, dann später auch als disziplinarische Führungskräfte. Dann die sogenannte zweite Führungsebene nach dem eigentlichen Gründer, Inhaber und Chef. Jetzt kommen die ersten Organigramme ins Spiel. Mitarbeiter mit gleichen Tätigkeiten und oft ähnlichen Berufsausbildungen werden in Stellen und Abteilungen zusammengefasst. Es bilden sich Vertrieb, Produktion, Einkauf, Montage oder Logistik. Und damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, ich habe die Spezialisierung bei etwa zehn Mitarbeitern schon gut beobachten können. Und bei Unternehmen, so ab 25 Mitarbeitern, bilden sich hierarchische Strukturen und damit offizielle oder inoffizielle Organigramme. Jetzt schlägt aber gnadenlos die Geschichte zu. Speziell der Taylorismus. Das ist die zweite wichtige Erklärung zum Spannungsfeld zwischen funktionaler Aufbauorganisation und Prozessorganisation. Taylor lebte im 19. Jahrhundert und im beginnenden 20. Jahrhundert und hat erkannt, dass die Zerlegung von gemischten Zuständigkeiten, wie man das früher immer aus Manufakturbetrieben kannte und wie das auch üblich war, in einfache, aber häufig wiederholbare Vorgänge zu enormen Effizienzgewinnen führt. Das war die zentrale Grundlage für die Massenproduktion von Gütern. Er war außerdem der Ansicht, dass das Denken über Vorgänge und über Arbeitsabläufe Manager übernehmen sollten und das Ausführen der vorgedachten Tätigkeiten die Arbeiter. Dieses Prinzip mit all seinen Schattenseiten, die wir alle kennen, war aber derartig erfolgreich, dass es sich rund 100 Jahre lang in das Gedächtnis der Menschheit eingebrannt hat. Die Manager waren die Leiter und Vorgesetzten in den Kästchen der Organigramme. Und ihnen wurden die Sachmittel und die Budgets für die Ausführung der Tätigkeiten in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich, also in ihrem jeweiligen Kästchen zugeteilt. Und wenn man der Leiter eines großen Kästchens war oder entsprechend weit oben in der Pyramide, dann hatte man eben auch mehr vom Kuchen, der Budgets und der Sachmittel abbekommen. Man war also wichtiger und hatte mehr Ansehen, Status und Privilegien. Das Konzept der Prozesse und der Prozessorganisation hingegen ist viel, viel neuer und jünger. Es entstand also vor rund 35 Jahren und ist damit etwa 100 Jahre jünger als der Terrorismus. Es ist damit viel weniger in die Unternehmens-DNA eingebrannt als der Terrorismus. Insbesondere, da die großen Weltunternehmen wie jetzt Beispiele Siemens, General Electric, Daimler, Philips oder Nestle alle Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden sind. Also exakt zu der Zeit der Verbreitung des Terrorismus. Und damit sind sie auch groß geworden. Also fassen wir kurz zusammen. Durch Wachstum bildet sich Spezialisierung und durch die Erfolge des Terrorismus eine Hierarchie. Das zusammenführt zur klassischen Aufbauorganisation und damit zu den bekannten Organigrammen in einem Unternehmen. Die Zuteilung von Budgets und Sachmitteln an die Organisationseinheiten und die Anerkennung deren Leiter mit Macht, Status und Privilegien verfestigen diese Strukturen. Demgegenüber hat es in vielen Fällen ein Prozessverantwortlicher wirklich schwer. Und wer mehr über die Rolle des Prozessverantwortlichen erfahren will, für den habe ich hier ein ausführliches Video mit allen Rechten und Pflichten von Prozessverantwortlichen. Das Denken in Abläufen und Prozessen sowie die Steuerung nach Flußeffizienz sind vergleichsweise neue Konzepte, die oft nur Unternehmen mit der Gründung nach dem Jahr 2000 übernommen haben. Die alten Großkonzerne haben das Prozessdenken erst dann übernommen, als sie in existenzielle Unternehmenskrisen geraten sind. Das war zum Beispiel in den 90er Jahren im Automobilbau so. Da haben sich dann viele große Weltfirmen einfach unorientiert und sind dann zu diesem Thema Plattformbau, Prozesse und Ähnliches gekommen. Und damit ist auch relativ klar, warum die Transformation einer klassischen Aufbauorganisation zu einer Prozessorganisation so schwer fällt. Aber wie bekommt man diese Transformation trotzdem hin, damit man sich als Unternehmen in die sogenannte Integrationsphase weiterentwickeln kann? Indem sie die Rahmenbedingungen ändern. Das ist ganz, ganz wichtig. Prozesse, Teilprozesse und Aktivitäten haben in der Modellierung auch eine hierarchische Struktur. Das heißt, man könnte eine Hierarchie aus einem Organigramm auch übertragen auf das Konzept der Prozesse in einer Prozesslandkarte. Man kann auch den Prozessen Sachmittel und Budgets zuweisen, der eben sagt, für den gesamten Prozess gibt es so und so viele Mitarbeiterressourcen und so und so viel Budget, damit ein bestimmtes Ergebnis eben auch erzielt werden kann. Aber der Erfolg misst sich eben in der Erreichung der Prozessziele. Und damit können sie ihr klassisches Organigramm umbauen und deckungsgleich mit der Prozesslandkarte wirklich hinbekommen. Und die oberste Prozesslandkarte repräsentiert damit auch die Verantwortung der obersten Leitungsebene. Und das ist eben die Geschäftsführung selbst und nicht die nächste Führungsebene. Also die Geschäftsführung ist für die obersten Prozesse persönlich verantwortlich. Damit ist auch völlig klar, dass die Struktur der Aufbauorganisation dem Prozess folgt und nicht der Ansammlung von Menschen mit gleichen Tätigkeiten oder gleichen Berufsausbildungen. Sie brauchen also eine Prozesslandkarte, Prozessziele, ein ganz wesentlicher Faktor, und Prozessverantwortliche, die aber im Rahmen ihrer zugewiesenen Sachmittel in ihren Prozessen auch die entsprechend gestalten können, frei und ohne dass ein anderer entsprechend torpedieren kann. Sie müssen die Sachmittel den Prozessen zuordnen und nicht den funktionalen Abteilungen. Bei kleineren Unternehmen, also so um die zehn Mitarbeitergröße, sollten sie die Entwicklung gleich in Richtung Prozesslandkarte und Prozessorganisation steuern und gar nicht erst mit Organigrammen anfangen. Also beginnen sie gleich mit der Prozesslandkarte und formen sie dann daraus ihre Aufbauorganisation. Die Zeiten haben sich eben geändert und es geht jetzt nicht mehr um die Verwaltung und die Auslastung von Mitarbeiterressourcen oder von Humankapital, wie es so schön heißt, sondern es geht um die Erfüllung von Kundenwünschen und die Schaffung von Wert, für den der Kunde bereit ist zu bezahlen. Und das erreichen sie eben nur mit gesteuerten und kontinuierlich verbesserten Prozessen, die sich an diesem Kundenwunsch einfach ausrichten. Und damit ist auch das klassische Organigramm und die funktionale Aufbauorganisation an ihre Grenzen geraten und die Prozessorganisation ist an dem Punkt wesentlich leistungsfähiger. Ob die Entwicklung in Richtung Netzwerke und unternehmerische Ökosysteme weitergeht und was nach der Prozessorganisation kommt, bleibt wirklich spannend zu beobachten. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das so die nächsten zehn, zwanzig Jahre sich weiterentwickelt. Aber jetzt habe ich noch eine ernst gemeinte Warnung für Sie. In allen Unternehmen, in denen ich tätig war, als Berater, als Unterstützer, bei der Einführung von Prozessmanagement und der Prozessorganisation, war die Mehrzahl der Führungskräfte als Leiter der klassischen Abteilungen gegen den Wandel der Prozessorganisation. Weil sie bisher dafür belobigt worden sind, ausgesprochen oder unausgesprochen, dass sie auch die aussichtsloseste Situation irgendwie wieder hinbekommen haben. Das unausgesprochene Anreizsystem war immer, hey, du hast das Chaos gemanagt, danke, das hast du gut gemacht. Und damit man das Chaos auch wirklich managen kann und sich diese Anerkennung abholen kann und im Rampenlicht stehen kann und wirklich scheinen kann, dazu braucht es auch ein gewisses Maß an Chaos. Und wenn das Anreizsystem so ist, dann werden auch bestimmte Leute kein Interesse daran haben, dieses Chaos abzuschaffen, weil dann können sie nach der alten Lesart eben nicht mehr belobigt werden. Etwa 10% der Führungskräfte waren für den Wandel der Prozessorganisationen. Das waren also echte Enthusiasten, die sagen, ja, das bringt die Firma weiter und ich bin bereit, auch diesen Wandel mitzugehen. Und etwa 30% der Führungskräfte gaben Lippenbekenntnisse ab. Das heißt, ja, wir unterstützen das voll, aber letztendlich passiert ist nichts, sondern sie haben sich neutral verhalten, bzw. haben es auch nicht unterstützt, aber haben es auch nicht torpediert, sondern einfach abwartend, aber dazu nach außen, Lippenbekenntnisse erfinden wir gut. Aber etwa 60% der Führungskräfte haben mit allem, und zwar wirklich mit allem, was ihnen zur Verfügung stand, aktiv den Wandel bekämpft. Das waren die Bewahrer, die den Status quo um den halten wollten, weil damit letztendlich ihre Machteinfluss, ihre Status, ihre Privilegien tangiert worden wären. Ob sich das jetzt dabei um Geheimabsprache mit Gesellschaftern gehandelt hat, frisierte Zahlen und Berichte bis hin zur offenen Erpressung war wirklich alles dabei, was sie sich vorstellen können, damit es ja keinen Wandel hin zur Prozessorganisation gibt. Daher richtet sich meine Warnung vornehmlich, also an Eigentümer und Gesellschafter der Unternehmen. Passen Sie an dem Punkt wirklich auf. Denn selbst Geschäftsführer sind angestellt und hatten teilweise ihre eigene Agenda, weil auf einmal durch die Prozessorganisation eine völlig neue Transparenz ins Unternehmen reinkommt und auf einmal Gesellschafter und Eigentümer Dinge vielleicht erkennen könnten, die man vorher eben versucht hat, ein bisschen schön zu reden. Wenn Sie mit mir über das Thema Organisation diskutieren möchten, dann schreiben Sie mir doch jetzt gerne Ihre Ideen und Fragen in die Kommentare ein. Vielleicht auch Ihre Erfahrungen aus der letzten Zeit zu diesem Thema von dem Wandel, von der Aufbauorganisation, der Funktionalaufbauorganisation zur Prozessorganisation. Ich freue mich sehr auf einen spannenden Austausch. Und ich bedanke mich für Ihre Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, hier Axel Schröder.